Willkommen zurück zu Minecraft, nachdem wir in der letzten Folge, nachdem ich in der letzten Folge, der große Entdecker, Balom, ein paar Diamanten gefunden hat, und mich irgendwie, keine Ahnung, verlaufen hat, Angst hat, wie auch immer, und der gute Glambold auch irgendwas gemacht hat, vielleicht, vielleicht, ich geh jetzt noch um nach meinen Taschen, ne? Ah, geht's jetzt, einfach mal weiter, ich hoffe, einen Hausausbau, langsam, also einen richtigen Ausbau, weißt du, wir wollen doch nicht immer in dieser kleinen Hütte leben. Jetzt war erstmal das Drumherum wichtig, weißt du? Ja, ja, das ist schon klar, das ist auch richtig. Dass die Höhle nach oben kommen. Das ist auch richtig, aber ich finde... Ich glaube, ich habe nicht ein Tor gebaut. Ich finde, langsam könntest du ein Ding, unsere Höhle einbauen, unsere... Bat-Höhle, aber nicht für Batman, sondern für uns. Aha, dass ich das machen muss. Ja, so ist das halt, ne? Ich meine, ich kämpfe dafür gegen Endermänner. Und gegen Fledermäuse. Und... Bogenschützen. Und Zombies. Und, und, und... Und Superman. Was? Und, was? Wie jetzt? Was kannst du denn so wegen Superman? Ja, wenn's sein muss. Ich hab schon so Facke. Ich, ich glaube, ich komm hier nie wieder raus. Gut möglich. Das Ding ist hier so, so tief und verwurzelt und verwinkelt und... Gib mir Kartoffeln. Du willst Kartoffeln, ey, ich geb dir Kartoffeln. Und völlig Banane, könnte man's auch nennen. Ich weiß echt gar nicht, wo ich jetzt hier bin. Nicht zu Hause. Ja. Oh nein. Na, Sonntag. Ah, danke. Ja, passiert halt. Du bist auch noch ein Mensch. Äh, vielleicht. Auch wenn du es gerne hättest, das ist nicht so wär. Wie lange die scheiß Karotten brauchen, um fertig zu werden. Die scheiß Karotten, sagt er. Ich hab so viel Eisen gefunden. Ich glaube... Wir haben keinen Eisenmangel mehr. Nee. Ich glaub auch nicht, dass wir das jemals hatten. Ich glaub, wir haben höchstens Magnesiummangel jetzt noch. Oh Gott, ey. Was denn? Ich mein... Kann doch sein. So, okay. Puh, auch ausgekönnschaftet. Es geht vorwärts. Das sieht doch hier verdächtig aus. Ja. Warte mal. Nein. Ich hab bald keine Dings mehr, keine Werkzeuge mehr. Ich muss bald wieder hochkommen. Ja. Musst du wohl. Ich brauch jetzt mal hier die Hake. Und ich... Wieso? Das ist nützlich. Da. Oh nein. Ich glaub, hier ist schon wieder ein Enderman. Eine Fledermaus verfolgt mich auch schon wieder. Können die überhaupt was machen? Die eine hat mich eben angeflogen. Ja, die sind eigentlich zu befreundlich. Warum töt ich sie dann? Um das kannst. Oh, da ist ne Spinne. Oh Mann. Oh Mann. Ich frag mich auch, warum da etliches Töter ist, aber du machst das einfach. Etliches? Wieso etliches? Oh, wow. Lauf. Ich meine, du hast alle Dorfbewohner geschlachtet. Die haben mich bedroht. Und was denn? Hä, willst du tauschen? Wie in Hiltz? Hä, willst du tauschen? Oh Gott, was sind das für Würmer? Mich greifen Kackwürmer an. Oder Ratten? Ich hab keine Ahnung. Das könnte alles sein. Oh, ich glaub, ich hab ein Spawn gefunden. Wie viele hier an Monstern sind. Ah, mal gucken gleich. Wenn ich einen Spawn gefunden hab, mach ich hier mein eigenes Laboratorium. Oh, da geht's noch tiefer. Ich hab keine Zeit rum zu spielen, Spinne. Die spinnen doch, die Spinnen. Oh, warte mal. Das hier sieht mir zu gefährlich aus. So. So. Oh, das ist meine Kartoffeln. Dreckslauber. Ich hab noch Holz. So, was können wir denn hier... Oh, warte mal, ich hab da die Idee. Oh Gott, er hat ne Idee. Ja, kommt nicht auf. Was denn? Ich baue da jetzt ein Dach drauf. Und so, ein Abstehen, ein Dach, weißt du. Du brauchst erst mal unser Dach. Ja. Wäre immer gut, wenn man ein Dach hat, ne? Ich meine, ohne Dach lebt es ich auch nicht schlecht, aber... Ein bisschen windig. Das ist so ein bisschen unüblich. Ups. Oh, das ist so ein Dach auf der Erde. Der Traum. Und so, erstmal die scheiß Lava ablassen. Verschwinde! Verschwinde, zähleine! Vielleicht sollte ich dann aber selber Licht machen. Hey, siehleine! Ich meine, das... Das hat einfach so mein... Eisen hier... verdeckt. Und cool. Ja. Das meine ich doch aber auch. Mehr ist hier aber auch nicht. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Hier ist auch noch ein Entgang. Ah, fuck shit. Das sieht ja aus, wie da hingekrackt. Hier ist nichts. So. Hier geht es aber noch runter. Und da warten die Zombies doch schon. Na, habt ihr Bock auf ein bisschen Fressi-Fressi? Aber ich muss mir erstmal einen Weg runter bauen, ja? Solange muss ich gedulden. Okay. Sehe ich mal jetzt ja. Zombies und gedulden. In welchen Weise lebst du denn? So. Fricke. Mensch, den hat es aber auch schnell. Erwischt. Nein, das wollte ich nicht. Ach, sowieso. Oh Gott. Hier geht es noch tiefer. Oh, Mann. Oh, Mann. Du darfst Ebene 12 bleiben. Ja, das geht nicht, ey. Ich muss doch diese Höhle hier auskommen schaffen. Ich bin sowas wie ein Zombiejäger. Achso. Da oben sind wir denn ein Enderman oder eine Spinne? Oder beides. Oder beides. Hallo? Ich habe keine Schaufel mit dem Schiffen. Da sieht mir noch ein Enderman aus. Also gehe ich in eine andere Richtung. Ah, das ist viel. Kann es sein, dass die Enderman von Slenderman abstanden? Ja, würde ich mal sagen. Lange Arme. Hassen sie es, wenn sie angeguckt werden. Naja, ich weiß nicht. Ich hasse Slendiers nur, wenn man ihn anschaut. Er hat kein Gesicht, weißt du. Ja, und? Ich glaube, er findet das cool, wenn er angestarrt wird. Ich weiß es nicht. Und danach startet er dich ein bisschen an. Hey, hi, Creeper. Hallo. Wie geht es Ihnen heute? Idiot. Ups. Da noch eins. Dort. Und die ist noch. Ah, nein. Doch. Doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ey. Setz dich doch nicht um. Die Musik ist gerade ziemlich laut. Die Musik ist gerade auf. Die hat gerade auf gehabt bei mir. Ein bisschen angergestellt. Und ich bin da froh drüber. Weil. Das war wieder diese fröhliche Musik. Beim letzten Mal fröhliche Musik bin ich gestorben. Was ist denn im Zusammenhang? Ja. Ich denke, ich denke schon. Jetzt fängt sie wieder an. Das ist auch eine Dauerschleife aus diesen einen Lied nur bei mir. Das ist ein Troll-Lock. Jetzt buddel ich mich hier mal ein bisschen durch. Ob sich hinter der Erde vielleicht irgendwas versteckt. Mal gucken. Ich muss jetzt hier Erde abbauen am Ende, weil ich keine Schaufel habe. Bau dir eine. Ja, aber ich komme doch nicht wieder hoch hier. Wie, du kommst nie wieder hoch hier? Ich weiß nicht, guck mal, ich bin eine Schaufel wieder hoch. Du hast doch. Alter, ich bin mal lauter hier. Ein extra Weg gebaut, oder nicht? Ich hatte recht. Hinter der Erde hat sich was versteckt. Kohle. Das ist ja nett. Ich kann jetzt mal schauen, wo ich noch eins. Wo ich noch Stickys? Natürlich nicht. Das sind aber welche. Stickys? Ja. Meinst du Sticks? Nein, Sticks. Und bei Stickys verstehe ich sowas wie Haftbomben. Das ist ja schön, dass du darunter Haftbomben verstehst. Ja, Sticky Bombs. Das sind Haftbomben. Also, ich weiß ja nicht. Wie konnte ich denn darauf nicht kommen? Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann das sogar von unten abbauen. Hoffentlich fällt dir irgendwas auf den Kopf. Ja, ja, dann. Slenderman. Jetzt soll ich schon Slenderman. Hier wird es Lava sein, ey. Ja, könnte passieren, ne? Ich baue hier trotzdem gerade nach oben, mal. Na, nach oben geht ja. Nach oben siehst Lava durchtropfen. Wenn man drauf achtet. Nach unten hat man noch nicht abbauen, weil da kannst du nicht tropfen, denn da fällt es einfach rein. Ja. Klugscheiße. Klugscheiße. Einfach unvorsichtig bist du. Links, rechts, Lava. Ey, ich baue mal ab. Ja, ich war gierig. Ich habe Dings gesehen. Fieser Fiesling, aber. Dieses rote Zeugs. Und dachte mir, hey, das baue ich doch ab. Ich wollte jetzt in die Richtung vom Enderman gehen. Ach, Mann. Mal gucken, ob er noch da ist. Ey, ich glaube echt nicht mehr, dass ich ihn nochmal rausfinde. Das Problem ist nur, Ah, noch habe ich genug Kartoffeln nochmal. Problem ist nur, wenn ich ihn nicht mehr rausfinde, man so ganz auf dich allein gestellt. Und das kann ich dir nicht antun. Nö, dann nehme ich mich mit Leben. Ich glaube auch. Da hast ein Zombie, das ist doch, kann ich mal so schlimm. Stipp. 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 So, da hast du Fledermaus. Du tust als erstes nett und willst mich irgendwie in der Falle locken. Das weiß ich. Fledermausse an sich. Schrägter Frau und Fledermausen gemacht. Ja, ich habe Schrägter Frau und Fledermausen gemacht. Ich weiß nicht, ich mag Fledermausen. Komm mir vor, das waren so gute Freunde. Ja. Die Besten. Du würdest anders drüber denken, wenn du in meinen Schuhen stecken würdest. Ach ja, gut. Aber man muss ja sagen, du bist selber dran schuld, ne? Nee, 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 nee. Nee. Wegen so einem Wahnsinnigen bin ich doch nicht schuld. Das ist ja nicht. Ach so, du bist ganz normal. Ja. Ganz normal. Ich hätte nur gerne ein bisschen Dynamit. Dann wird das Abbauen nämlich viel schneller gehen. Das wäre natürlich auch die Hauptaufgabe von einem Dynamit. Ach so, ja. Damit Dynamitabbauen schneller geht. Und nicht nur 80% davon verschwendet wird. Ja, und? Aber 80% davon wäre hauptsächlich Cobblestone. Davon kann man ruhig auch mal ein bisschen verschwenden. Ach, das ist für eine tolle Aussicht. Wenn ich hier fertig bin, dann bin ich der Kohlemeister. Dann bist du zu Hause, ja? Äh, der Eisenmeister. Und der, fällt mir noch irgendwas ein. Nee. Der Diamantmeister vielleicht auch noch. Ja, der Scheibenkleister. Nee, du bist der Hausbauer, also bist du ja der Scheibenkleister. Ja, ich baue keine Scheiben. Früher oder später schauen. So, ich habe keine Spitzhacke mehr. Ich muss zurückkommen, also. Das Problem ist, ich bin so tief drin, ich kann jetzt nicht einfach zurückkommen und hier aufhören. Warum nicht? Weil ich den Weg nie wieder hierher finde. Dann baue dich einfach nach oben und dann, wo du oben rauskommst, machst du noch ein schickchen höher und Cobblestone, dann weißt du genau, da musst du dich wieder runterbordeln. Oh, da unten ist Diamant. Glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich versuche mich jetzt einfach hier hoch zu bullen. Bei meinem Glück, ende ich in Lava. Ich bin nämlich wesentlich tiefer als beim letzten Mal, wo ich in Lava gestorben bin. Nee, ich muss einen normalen Weg rausgehen. Das, ich will mich nicht in Lava. Du wütst ja gerade nicht zu Hause. Wieso? Nee, ich flute gerade das Haus. Naja, okay. Shit happens, ne? Wir haben nicht unter Wasser gesetzt. Wir haben leichten Wasserfladen. Ja, du bist Waterboy. Ja. Was aufstehen. Was aufstehen. Hier geht's auch noch rein. Diese Höhle ist echt abgefahren. Aber ich will jetzt hier raus. Oh Gott. Und ich bin so schlecht in Wege finden. So, man muss ein Baum hütteln werden. Ah, ich weiß. Wo ist denn der hier? Oh, ich hab hier ganz viel Silber übersehen. Oh, nicht gut. Eisen, meine ich. Nicht Silber. Doch, Silber. Ach, whatever. Irgendwas hab ich übersehen. Das Problem ist, so ein bisschen, dass ich einen Creeper gefunden habe. Hallo, Creeper, mein Freund. Ich brauch mal Knochen. Du brauchst mehr Knochen. Ja. Wieso, bist du ein Hund? Wollen wir euch jetzt zu Hause? Ja. Superhund? Nee, Superhund eigentlich. Nee. Nee? Nee. Okay. Dann nicht. Ich hab keine Knochen zu Hause, dafür Pfeil und Bogen. Nee, apel. Ich fühl mich hier wie im Bed Cave. Und das dauert ja, bis ich jetzt mal ab und zu so ein paar Steine wegholz, das ist ja ätzend. Ja. Okay, zum Glück bin ich vorbereitet auf alle Eventualitäten. Kommt her Skelette! Ist ein Creeper. Es regnet. Holy shit. Ich finde hier immer mehr Abzweigungen. Ich finde aber nicht die Abzweigungen nach Hause. Hey, Knochen. Hey. Geh weg. Ich sagte, geh weg. Scheiß Creeper. Okay. Ich brauche noch mehr Knochen. Richtig. Ich brauche noch mehr Knochen. Richtig. Das sind Höhle. Spinnen. Höhle. Ich glaube, ich muss sich gleich fragen, ob du in dieses Dings kurz hingehen kannst. Warum? Damit du dann rauszündest? Ja, um zu sehen, ob ich dich dann erspähen kann. Ich schneide das auch noch rein. Irgendwo in der Gegend. Also irgendwo in irgendein Richtung. Oh Gott. Oh Gott. Vielleicht hier. Oh Gott. Ich glaube, ich laufe immer nur die ganze Zeit den gleichen Weg. Oh, schon wieder ein Creeper, ey. Oh ne, mach jetzt nicht meine Hochwege kaputt, du scheiß Creeper. Dann mach meine Hochwege kaputt, du sollst dich kurz suchen, Komp? Ja. Dann packe ich nur die wichtigen Sachen hier weg, die ich nicht brauche. Dir wird nichts anderes übrig bleiben. Vielleicht findest du mich mit deinem Röntgenblick. Hab ich zu Hause gelassen. Das ist schlecht. Da warst du mir schließlich verboten zu verwenden. Das ist ganz schlecht. Beschwer dich bei einem Produktionsteam. Und die sagten, hier, nein, du bist OP genug, du brauchst kein Röntgenblick. Ich hab irgendwo ein bisschen zugebaut, das wirst du dann sehen. Das ist voller Cobblestone, da geht's noch ein bisschen runter und da bin ich. Ich hab das zugemacht auf der einen Seite, damit mir von der anderen Seite, da war ein Endermanium. Damit er mir nicht entherrennen kann. Ich bin auf dem Weg. Stark bewaffnet. Hier war ich doch eben erst. Hier war ich noch überhaupt nicht. Aber ganz nach unten muss ich schon, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du musst dann rechts, da, wo du mir die gleiche Höhle gezeigt hast, oder? Ja. Genau da musst du rein. Und dann geht's dann noch weiter. Da hab ich dann weitergemacht. Alter. Hier hab ich's zugebaut. Ich hab's gefunden. Ja, lieben Zuschauer, wenn ich ihn weitersuche, seht ihr dann in der nächsten Folge. Und schaltet wieder ein, wenn's heißt Der Joker im Note. Lost in Action. Lost in Action. Ciao, ciao. Ciao, ciao.